Was geht? Tyler hier. Das hier ist der vierte Part von It Takes Two. Mit dabei ist der Gamer Fabian wieder als May vor mir. Ich bin der Honigmeister. Hier weiß ich glaube ich schon, was man macht. Weil, das dreht sich halt. Nicht drauf schießen. Guck mal, das ist so ein Safe. Das muss ich glaube ich so drehen. Oh no. Ja ja, das ist wirklich so ein Safe, ich mein. Ach du Scheiße, was ist das? Erinnert ihr euch noch an die Bienen, Leute? Hier sind sie wieder. Und ein Wespen. Is it on top 50 completely? Skills. Komm, weiter. Weiter. So. Ich muss kurz meinen nachladen. Und... Knack. Schildwespe! Was ist das denn jetzt? Ich kann nicht von vorne angreifen. Ich kann nicht von hinten. Was ist denn hier noch was? Ach man, ich kann nur von hinten, dieses Honig. Ja, und ich kann sie nur von hinten abschießen. Skill. Schau. Okay, fast down. Stay. Boom. Der öffnet sich. Hä, hier ist nichts. Ja, da. Okay, okay. Oh nein! Was ist das? Was ist das? Guck mal, das ist so ein Fienenschwamm. Das sind zwei von denen. Ne, Fabi, kein Bock mehr. Wir müssen zwei von denen bekämpfen. Oberste Westenkönigin? Ne. Es gibt eine Westenkönigin dann auch noch. Fabi? Ne. Das ist, glaube ich, ich glaube nicht, dass das so gut enden wird. Was ist das? Was ist denn jetzt mit denen los? Was ist denn hier los? Also, Fabi, wusstest du, dass meine Waffe aus so einer Nuckelflasche besteht für Babys? Nee. Aber da kommt sehr viel raus. Guck mal, Fierk, wenn du sprintest, guck einfach mal Fierk so hier. Hä, was ist das denn? Was? Was ist denn hier los? Was ist das? Fabi, wir müssen hinten auf das Nest schießen. Jetzt können keine weiteren mehr rauskommen. Da kommen noch mehr dahinten, sind viel mehr Nester. Fabi, Fabi schießt diese ekligen Teile ab. Das Nest einmal kurz zerstören. Das Nest dahinten kurz zerstören, Fabi. Und jetzt schieße ich diese Fiesen hier ab. Ah! Ah! Hä, es kommt viel mehr! Hier! Hier ist noch ein Nest! Ja, schieß auf das Nest. Okay. Wir haben's. Ihr habt ja nicht gesehen, was und was? Wir haben jetzt gemacht. Ja, okay. Und die Repaire-Anzeige ist gut. Nein, Mann, die sind grad! Eke! Stimmt's, Papi? Nein, nein,BI! Hier sind коurlede foods! Bald one günstige ist alles und ca personen. We like a cold Oh no, I'm not a Vesper Jürgen, was machen wir für Kombus gerade? Die kann sich nicht mal bewegen. Achtung, die schießt solche Bälle. Ja, sie fokussiert sich nur auf dich. Ist auch gut, Flo. Ne, nicht gut, ich bin tot. Pass auf, du bist da! Bin ich nicht! Doch! Ich kann nichts mehr als... Mörser und stößt die Wespe! Mörser! Die kann sich nicht mehr bewegen! Los, schieß! Komm! Boah, die war grad aber mies und fies. Nein! Fabi, da oben kannst du noch mal einen abschießen! Warte! Hä, Leute, bin ich dumm? Warum schaffe ich diesen Club nicht? Fotos! Komm mal gleich, hier kann man Fotos machen! Geil! Mach mir mal ein Foto! Oh! Nein, ganz weit rauszoomen! Oh! Das ist ein schönes Foto! Jetzt mach mal ein Foto von mir! Was ist das denn für eine Pose? Hä? 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 Mach mal von mir ein Foto! Okay. Jetzt esse ich mir auch! Wo ist sie? Ganz nah! Oder so! Oder so! Okay, warte! Was hast du da für ein Foto? Hä? Musst du mir helfen oder was ist denn hier los? Mach das mal! Mach das mal! Oh nein! Oh nein! Nein! Scheiße, Fabi! Oh nein! Fabi, Fabi schieß einfach nur drauf! Schieß nur! Nur schießen! Das will ich nicht so schießen! Ich brauche sie raus! Die geht nicht so um mich! Wie? Was? Warum? Wie viele? Hat der für eine ganze Armee! Mein Wunschwelle, dass du auch mal treffst! Bitte überlebt! 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 Nein! Noch einen! Schwamm! Da kommt noch einer! Noch einer! Fabi! Da kommt einfach noch einer! Fabi! Noch einer! Noch einer! Schieß! Schieß! Bumm! Schieß! Schieß! Bumm! Schieß! Schieß! Bumm! Ich weiß, wann ich gießen muss! Hä, Junge? Warum hast du nichts gemacht? Bumm! 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 Okay, jetzt müssen keine mehr da sind! Doch! Hä? Ich konnte nicht treffen! Achtung! Achtung! Phil! Bumm! 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 Schieß! Bumm! Bumm! Da unten ist noch was! Bumm! 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 Ich glaube, die machen jetzt hier vorne eine Mauer! Ach du Fabi, Fabi, schießen! Wo bin ich? Ich kann nicht schießen, ich kann nicht schießen! Schieß! Blutzon! Blutzon, Fabi! Fabi, was ist denn? Oh Junge! 2 Junge! Was geschehen? Hä? Was müssen wir jetzt machen? Eier! Das ist doch kein Boot! Wie soll mir das antreiben? Sag mal Fabi, keine Möglichkeit! Schirm es einfach nur! Wir haben einen Motor, haben wir wo? Ah, in deiner Hand! Und... Ah... Äh... Ah... Hehehehe! Yeah, Fabi! Fabi, ich bin jetzt der Boss! Ich bin jetzt der Boss! Juhu! Juhu! Unser Boot hat HP! Oh ne, das wird... das werden wir nicht schaffen! Fabi? Hä, kann ich die abschießen? Ah, ja! Mandarine! Nein! Wie fährst du? Oh, richtig! Hold on tight, mate! Ach so! Diese Mandarinen verschaffen mir den Weg! Die vor uns! Und jetzt hier einfach nur runter! Hoffentlich kommen keine weiteren Mandarinen mehr! Okay? Unser Boot hat schon zwei HP verloren! Da hinten kommen mehr Mandarinen, Fabi! Ich bin gleich da! Nein! Können wir kurz pausieren? Wieso? Weil ich kurz weg muss! Okay! Bin irgendwie zwei Minuten da! Okay, Leute! Ihr könnt kurz das Video umklicken! Oder halt vorspulen! Ihr könnt einfach das Video kurz vorspulen! Solange Fabi weg ist! Wird eh nicht! Wahrscheinlich so lange! Wie zwei Minuten! Ihr könnt so lange vorspulen! Weil ohne Fabi kann ich das hier nicht schaffen! Man muss das zu zweit machen! Also spult dann vor! Bitte! Ihr wollt euch nicht! Jetzt wahrscheinlich so lassen! Auf Fabi warten! Auf Fabi warten! Auf Fabi warten! Wenn ihr das Video jetzt immer noch weiter guckt und nicht vorspult! Dann eigentlich nicht so schlimm! Ihr dürft ruhig vorspulen! Wirklich! Fabi wird wahrscheinlich auf Klo sein! Er braucht ein bisschen länger! Ja! Ja! Wirklich! 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 Geht das? Das? Hä? Ah ja! Achso! Ich muss durchgehen! Halten sind schon wieder Mondis! Ich denke ich sehe den Weg nach vorne! Ja! Ich kann! Eieiei, Eieiei, Captain! Ich habe eben zu den Leuten gesagt, sie können das Video vorspulen. Nein, der kommt weg, mhm, Schwarm! Fabi, bei denen kann ich dir nicht helfen, wir müssen die einfach nur entkommen. Was machen die da? Neee, die haben sich einfach im Tornado gemacht. Da hinten sind noch mehr Tornados. Nein! Hä? Aber unser Boot bekommt keinen Schaden, wir werden einfach nur hochgestrudelt, Fabi! Ja, okay, dann ist es natürlich, wir sterben auch nicht. Ich bin aber gestorben. Weil du nicht schlafen kannst. Was? Das heiße ich! Braucht man mir halt nicht erzählen! Was? Ich fahr lieber sicher! Hast du gesehen, wie sicher das war? Ja! Pum, 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 pum! Aber kann doch mal sein, dass meine Mund ist! Was? Ich guck einfach auf deinen Screen! Loll! Du musst ja eigentlich gar nicht schießen! Wo lang mit uns? Hier vorne? Da! Ja, glaub schon! Hä? Machst du! Keine Ahnung! Hier ist kein Weg! Warum nicht? Brühe, Fabi! Ist das unser Ernst? Sind wir von da gekommen? Nein, nicht da lang! Da sind wir gekommen! Hä? Du musst schon da lang! Oder links? Fahr doch! Links ist nichts! Ja, dann, da wo wir waren! Ja, rechts! Oder hier? Ja! 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 Zeit durch! Hä? Geht das? Nee! Okay, warte! Und geh zurück! Vielleicht ist da bei den Tornados noch ein anderer Weg! Stimmt! Jetzt sind hier plötzlich Mandarinen! Und wir haben nur zwei Tornados gesehen, aber hier sind drei! Hier! Vielleicht nach da hinten! Hä, Fabi? Jetzt sind wir wirklich eben von hier gekommen, von da vorne! Wir mussten doch eben nur zwei Tornados überqueren, oder? Ja! Hä? Ich bin doch auf dem Boot! Egal! Warum fährst du so weit weg? Volle Kraft voraus! Ich kann nichts sehen! Tornado Head! Oh Gott! Sind wir plötzlich von hier gekommen? Fahne! Fahr durchgehend! Hehehehe! Ich hab grad Damage bekommen! Ich... Wollen? Ne, einfach nach unten! Help! Papi! Von wo sind wir denn eben gekommen? Was ist das? Sind das Quallen? Ja! Tödliche Schönheit! Ja, das sind Quallen! Geht! Ich... Ich bin echt! Ich, als ob wir so einen dummen Motor haben! Findest du die Quallen schön? Dann kommt hier nicht weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hin. Oh ja. Da kann ich was reinfüllen. Ah, Licht. Müssen wir wirklich aufgehen? Ist so. Ich dachte, wir haben jetzt einen Bones-Effekt. Ah ja. Ich konnte nicht springen. Hier geht's weiter. Oder doch nicht. Ich bin doch hier eben langgelaufen. Hier ging's nicht weiter. Oh ja. Spiel ist verbatgt. Hier ist eine kleine Geschichte. Die Eichhörnchen haben Menschen angegriffen. Wir sind ja eigentlich auch Menschen. Ey. Hä? Die Eichhörnchen sind höher. Da vorne ist auch was blaues. Ich geh da mal hin. Man stirbt nicht. Ich bring mal in das blaue. Test. Please. Stopper. Halt. Der ist noch. Ich habe ihn gekackt. ach es ist gerade erst ein neues gekommen boah man denkt halt nicht man weiß nicht ob man das trifft doch und das haut halt einen ein ich weiß immer wenn ich es trotz guck jetzt treff ich es get down hevon einfach da rein was ist da hey na großer hallo Ey, was ist das denn für ein Feini? Fabi? Ah. Das ist ein Wels. Diddy! Weil du runtergefallen bist. Weil du runtergefallen bist. Ey, guck mal, das ist doch ein Feini! Leuk, leuk. Wieso nicht? Wer bringt uns nach draußen? Ich finde, das ist voll der Feini. Ich nicht, ich nicht. Guck mal, da hinten sind noch andere! Leuk, leuk. Hahaha! Alter! Du stirbst die ganze Zeit, Fabi! Ja, die Chips sind geil! Chips sind geil! Welche Firma? Kartoffeln! Was für Kartoffeln? Ich habe gestern Shiro gegessen, die sind voll lecker! Hä? Nooo! Wo landen wir? Fabi, bitte kämpfen wir ihn jetzt nicht wieder gegen die Wespen! Wir sind frei! Was für Kartoffeln! Was für Kartoffeln? Was für Kartoffeln ist der wanrinst. Was für Kartoffeln? Was für Kartoffeln? Ja, ich bin super! Wieso? Ich bin super! Wie ins Mund ist. Ich bin so, in meinem Leben? Das ist nach dem Film! Ich bin echt! Bis zum ersten Mal! Berachtgeld! Ich bin echt! Sie müssen im Jerenslich! Minigold! Pümpel, Stümpel, gib ihm! Auf meiner Seite ist auch einer! Kann das mit dem spielen? Hä? Warte, warte! Zielen wird auflaufen. Was ist die wirklich nicht? Aber was muss man nicht machen? Ich verstehe, glaube ich! Ah, ich verstehe, glaube ich! Oh, Rebbi! No! Haha! So close! Ich bin so gut! Hä, wofür bekommst du Punkte? Ähm, wenn du einen durchlässt, dann bekomme ich einen Punkt. Und wenn ich einen durchlasse, dann bekomme ich einen Punkt. Und wenn ich einen durchlasse, dann bekomme ich einen Punkt. So. Komm! Wir gehen weiter, Hauptsache wir haben ein Minigame gespielt. Was ist hier? Habi, guck mal wie schnell ich bin! Hä? Habi, warte auf mich! Na ja! Man muss, glaube ich, in die Mitte. Du machst... nix! Wieso? Weil ich hier gerade erst über die Brücke gekommen bin. Ich kann nix machen. Hä? Wo geht's denn weiter? Warte mal! Bleib einfach nur drauf! Oh! Vielleicht passiert was. Oh, HP! Was passiert jetzt? Wir können nicht schießen, Fabi! Na komm, Westen! Hä? Was ist das? Ah, das ist ein Mario Party Game, glaube ich! Das ist Mario Party! Ich bin einfach nur zu gut. Ich bin so hart überfordert grad! Ich bin so hart überfordert grad! Hallo? Ich sterb die ganze Zeit! Ich hab rasiert! Stimmt! Mua! Weißt du was? Ich steh hier gleich einfach in der Mitte und hier können wir nix machen! Hehehe! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Was kommt jetzt? Hey, haut ab, ihr kleinen Mistviecher! Nein, ich bin runtergefallen. Ich habe einen Crash gebaut. Unter dir. Boink. Boink. Bumm. Jetzt? Da oben ist auch was. Das ist hier noch ganz oben. He he. Was kommt jetzt hier? Das sieht aus wie eine Arena. Acht du Scheiße. Iiiiiiiihihi. Iiiiiiiihihiwy. Fabi, hier liegen noch ein paar Kleckschen! Schieß gleich mal auf den! Nee, der bekommt keinen Scham! Wie soll der Scham bekommen? Ah Fabi, hier sind solche Quellen, wo ich einfüllen kann! Ah! Schieß! Bumm! Hat der Damage bekommen? Nö! Warte mal, ich muss doch kurz auffüllen! Los, Schieß! Bumm! Er hat Scham bekommen! Ja! Okay, wir wissen jetzt, wie das klappt! Bumm! Ach man, ich bin... Fabi! Komm her! Und Bumm! Den Riesenkäfer haben wir gleich! Ich bin tot! Bin da! Bin da! Bin da! Achtung! Ja! Wer haben wir ihn? Wer haben wir ihn? Ohohohohoho! Fabi! Warte, 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 warte! Don't kill me! Ich bin nur ein Beetle! Ich hab nicht die Wasser! Warte, 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 warte! Warte, warte! Ich bin ein Mercenari. Ich weine für jemanden, die Menschen nicht zu haben. wir würden jetzt mit dem käfer kämpfen ich muss nicht bewegen du kannst schießen und wer war wie das ist echt unfair ich muss nur diesen mistkäfer fahren und du kannst einfach auf die da oben schießen warum lebt meine waffe so lange nach ich glaube er musste jetzt volles leben haben ja volles leben und hier waren wir nicht mal schießt auf diese mädchen oder larven ich glaube du musst sie nicht oben killen doch die können runterfallen wenn er ein bisschen der mage bekommt das ist auch nicht so ja nein 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 gibt es den käfer gut die königin und dann und dann schießt du einfach darauf ok ich habe dich einfach nicht um die kleinen einfach nur auf sie schießen wenn sie da ist dann sind alle anderen auch da und fabi guck mal sie verliert auf schnell leben auf ihre x da müssen wir drauf schießen vorne ihr x ist echt überrannt gefühlt oh nein sie macht feuer aber ich geh wieder hier drauf und schießt sie ab schießt auf sie schießt auf sie hab ich schießt mir auch die kleinen vor mir Ja, warte, du hast doch gesagt, ich soll mich auf die Große fokussieren. Ja, okay. Einfach nur weiter hier rein. Und die nehmen mich mit. Oh nein, die haben das da gesperrt. Das ist ein Bombenflugzeug, Fabi. Hä? Was, so da bin ich. Ich dachte, ich bin links. Cody gerade. Warum? Hallo, ich finde das so easy. Mach dir jetzt wieder, ja. Jetzt einfach zurück. Meine schöne Haut, du bist ein Roboter. Ach du Scheiße. Rennen. Das ist übel. Das ist übel. Guck, wie schnell ist. Wie schnell. Ich habe damals Mario gespielt, wo man so Hechtsprung machen konnte. Und deshalb bin ich an diesem Spiel geföhnt mit diesem Hechtsprung. Okay, Fabi, Fabi, ich häng mich hier dran und mach so hier. Wir können nicht noch hinten bei ihr Stachel. Boah, die Kleinen versperren mir halt so den Weg. Was, so hinten, okay, sie fokussiert mich auf, okay, jetzt. Boom. Nein. Nein. Wir können nur noch da mit drauf. Oh mein Gott. Auf den Kopf? No, no. Ah, nee, sie können nur noch auf ihre Kette. Boah, wir sind nur noch hier. Pass auf, falls sie den Gneezer sperren. Ah. Zuck. Oh, ich fokussiere mich gar nicht auf die Hindernisse. Es ist Zeit, auch mal kurz die Kleinen fertig zu machen, damit es keine Hindernisse mehr werden. Schieß doch oben drauf einfach gleich. Okay, jetzt, jetzt gibt es Spaß. Schokolade. Komm, fokussiere dich nicht auf die Kleinen. Ja, die versperren den Weg. Ja, okay, okay. Das ist, boom. Das ist das Ende von der Westenkönigin. Die Westen sind down. Der arme Käfer vorhin. Der arme Käfer vorhin. Oh, ach, die ist so süß. Oh. Oh, so eine Ehrenfrau. Ich muss auf den Nektar schießen. Ach so, das ist in der Cutscene. Ja. Boom. Hummel, flieg. Gut gemacht. Ey, Fabi, bist so eine Ehrenfrau, oder? Ach so, das ist in der Cutscene. Ja. 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 Egal. Oh, guck mal. Die Augen. Geh. Komm auf dein Handy. die 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 guck mal was ich dir geschrieben hab die 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 junge verräterin ein flog warum darfst du immer fliegen und ich immer und ich muss immer kämpfen ja weil du eine Krämpferin bist guck mal hier wie die laufen wer mit dem Stürmer hat voll die Tommy Gunn rechts doch doch wenn ich nach unten will muss ich nach oben lenken das ist ja dumm mit was schießt du ähm ich sprung im jungen zu einer im jungen zu einem Deckel äh was links gleich fliegen schießt kaputt da jetzt ist also eröffnungen musst du mit das ist glaube ich ja wo ist das was ich muss ohne jetzt kommen die was wollen die? ich muss sie abschießen glaube ich uff es ist Runden! Dort! Ja, ich seh's. Okay. Zwischen und zwischendurch. Wo gehst du so riesig? Komm gerne einfach durch. Okay, links. Oh nein! Ich fliege so hoch, dass sie mich nicht erwischen. Die können mich hier erwischen? Egal. Was machst du? Shhh! Warum fliegst du so hoch? Okay. Ich fliege einfach nochmal und ich muss die Dings. Bei denen rechts! Oder halt links! Links! Links ist immer gut. Und uns? Ich drehe mich halt so lange. Von uns, von uns! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Entschuldigung! Unter uns! Und! Aufsache! Wir sind wieder fast voll! Ich seh schon das Tageslicht! Ja! Wir kommen! Freiheit! Ah! Nein! Was passiert jetzt? Was ist geschehen? Jetzt geht... Du bist einfach... Das ist einfach... Das ist einfach... Was ist das denn? Kenn ihn einfach! Das ist ja richtig heftig! Das Flugzeug fliegt jetzt richtig langsam! Du guckst hier dich aufs Fliegen, ne? Ja, okay! Nicht aufs... Den Kampf um! Ich destroy ihn! Ich vermute... K.O. K.O. Ah ja! Was ist das? Wenn, glaub ich, Zeit nach links... Ja, okay! Wir kennen die Steuerung! Wenn Zeit nach... Jetzt in die Mitte weiter... Dann fliegt der Kader aus! Ich geh hier so nach rechts... Dann fliegt er langsam so nach rechts... Links! Kader aus! Und jetzt nach links! Ja, so! Ja, so! So ist gut! Mit der Steuerung kann man sich halt auch nicht so hart beschweren! Ja! Und wir haben eh kein HP! Ja! Aber halt... Bisschen schwere Steuerung! Und man kann halt nicht nach oben und unten! Ja! Ja! Nicht so ganz! Gerade! So ein bisschen... Na... Nach links! Links! Nein! Bitte, bitte! Komm, komm! Ja! Links! Hey! Oh mein Gott! Wie hast du mir das weggeflogen? Ey, aber das ist ein Checkpoint! Ja? Ja! Bin mir ganz sicher! Wenn das kein Checkpoint ist... Dann... Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist! Lebt! Das ist einfach das Liebesbuch! Sag ich doch! Geradeaus! Rechts! Geradeaus! Links! Geradeaus! Rechts! Geradeaus! Wir entscheiden uns einfach mal für links, okay? Okay, aber jetzt müssen wir links! Jetzt geradeaus! Links! Links! In das Fenster von Rosi! Hä?! Wer weiß nicht, wo das Fenster ist!? Was ist das hier noch?! O Junge! Ah, Astronaut! Das war's für heute. Guck mal, wie sie da verschillt, aber die Arme, Rosey, weiß nicht, was gerade wirklich passiert. Was denkst du, wie viele Pads wir am Ende haben werden? Sieben bis zehn oder so, ne? Ich glaube, 20. Ich habe gehört, das Spiel soll lange gehen. Das ist ein echt langes Spiel. Also von daher, ich glaube, so 20 Pads, die eine Stunde gehen, kann ich mir schon denken. Das ist Space Monkey to the Sky. Hi, 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 die. Boom. Ich drehe mal kurz auf. Oh, I miss her. Oh, I think she's okay. Oh, she looks fine. I mean, she's been playing like nothing happened. Oh, goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No, no, I meant she might get scared when she sees us. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls, remember? Of course I remember. Hey, 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 how are you? Are you ready to talk to Ron? Why not? She's our daughter. Well, can you talk to her without hiding each other? Of course we can. The reason isn't the problem. Here. I don't think you are ready. Wait, this guy better stop us. And are we gonna let him? No. Bitte keine Cutscene, Cutscene! Und damit, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, Leute!